Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunste Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. Willkommen zu Hause, Artyom. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Einmal gerade hier das Licht ein bisschen dimmen, damit die Atmosphäre stimmt. Das letzte Mal... Ich höre schon wieder was. Oh, leg. Das letzte Mal hatten wir Probleme und zwar waren wir so schlau bzw. ich war so schlau und habe direkt auf die ganzen Dinger geschossen. Das sollte ich mir vielleicht demnächst nochmal überlegen. Okay, jetzt nehmen wir nochmal den Filter. Genau, hier waren wir. Den haben wir gekillt bzw. angeschossen. Ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse. Das sind ganz schön viele. Ich guck mal, ob ich da irgendwo... Ich habe ein Messer, ich habe ein Wurfmesser, ich habe eine Schalldämpfe. Schalldämpfe ist so, was ich wenn ich jetzt hier... Ah, gut. Okay, ja. Wow. Dann habe ich... ein Maschinengewehr. Ah, ich habe gerade so die Buchsen aus wieder. Ein Maschinengewehr. Dann das scheiß Elektro-Dingens, was uns nicht weiterhilft. Ich bleib mal bei der Schallgedämpfe. Okay, da kann ich schon mal nicht raus, das sind zu viele. Ich guck mal woanders. Weil ich habe nämlich nicht so viel Muni, dass ich hier jeden einzelnen schießen kann. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Okay, ich sollte mal den Filter wieder wechseln. Ich habe mich hier. Sehen die mich? Fuckedoodoodoo, Alter. Ich habe richtig Schiss gerade. Wie komme ich denn da hin? Wo muss ich denn überhaupt hin? Oder muss ich die verschießen? Die Zeit geht mir wieder... Oh, was sind das für Scheiß Filter, Alter. Was hat der mir da verkauft? Ah, hier habe ich schon. Ähm, wo muss das mal? Okay. Ich lasse lieber nochmal nach. Wo ist das hier für eine Waffe? Ich höre Schüsse, aber... Der hat mich gesehen, gell? Der hat mich gesehen. Natürlich hat er mich gesehen. Bedammte Axt! Lauf! Lauf! Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin muss. Aaaaaah! Fuck, fuck, fuck! Alter, warum? Hallo, ich habe doch... Ich verstehe das hier nicht, ne? Ich bin gleich tot. Hallo, äh, ich... Ich würde gleich sterben. Was soll die Scheiße? Ich wechsle doch die ganze Zeit so fucking schallgedämpften. Was ist das jetzt für ein Fail hier? Ich könnte kotzen. Ganz ehrlich. Zum letzten Speicherpunkt laden, ja. Vielleicht muss ich auch einfach einen anderen Weg gehen. So, jetzt nochmal hier. Zack. Nochmal nachladen. Okay. Ganz ruhig. Einfach nochmal in Ruhe nachdenken. Okay, das gehört dann zur Story, denke ich mal. Oh, Leute. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Der hat mich gesehen. Nee. Natürlich hat er mich gesehen. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Kommt die hier rüber? Nee, komm. Ey, die können nicht hier rüber. Wie geil ist das denn? Oder ist das hier gerade ein Bug? Ich wechsle mal gerade den Filter. Das wäre aber unlogisch, wenn die nicht rüberkommen könnten. Oder? Gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Wie, wo muss ich jetzt hier hin? Alter, das ist, ähm. Ja, ich sterbe jetzt hier im Wasser. Oh, das ist so zum Kotzen. Ich weiß gerade echt nicht, wohin ich muss. Was ich machen muss. Warum hier Stroh liegt. Und überhaupt. Ja gut, das war's. Okay, 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 okay. Okay, letzter Versuch. Wenn ich das jetzt dann nicht hinkriege, dann, ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal nachzugucken, ob ich nun nicht was übersehen habe oder, weil das ist ja auch nicht das wahre, wenn ich jetzt hier, beziehungsweise ich mache dann einfach einen Cut und, ähm, spiele dann so lange, bis ich hier mal weiterkomme. Und ich da hinten jetzt rein, okay, ich loote mal wenigstens den Typen noch. Und guck mal, wo es weitergehen könnte. Ja, das wollte ich nicht. Vielleicht haben die mich auch in dem Licht gesehen. Ich habe, habe ich mein Licht angehabt. So. Kann ich die Waffe wechseln? Okay, egal. Ähm, so. Nachladen. Kann ich die Augen austauschen? Nee, kann ich nicht. Gut, wir haben natürlich wieder extrem viel Muni. Ich wüsste mal gern, warum das hier nicht funktioniert. Was mache ich hier falsch? Wenige, brauche ich nicht. Warum funktioniert die Scheiße nicht mehr? Nächstes Mal hole ich mir echt eine, äh, Dings mit. Schrotflinte. Okay, ich muss, okay, ich muss da rüber, auf die andere Seite. Aber wie mache ich das, ohne dass sie mich bemerken? Ich glaube gar nicht. Ich muss gucken, dass die Brücken zu mir stehen. Ähm, oder ist da, ist da hinten ein Eingang? Das könnte gehen. Das könnte gehen. Ich wechsel mal grad ein Filter. Die sehen mich, ne? Die sehen mich, natürlich sehen die mich. Dumme Frage. Ich steh doch hier. Oder reagieren die? Nee, die haben mich ja vorher auch schon gesehen. Dreht euch um. Dreht euch nicht um, denn der Plumpssack geht um. Wer sich umdreht oder lacht, ich krieg den Bunkel voll gemacht. Ich bin so schlecht. Hilfe. Er kommt daher. Er kommt daher. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ähm, wie mache ich das noch mal mit M? Nee, bitte nicht die noch mal an. Ah. Oh, ich bin so intelligent. Ah, stimmt. Ich habe doch hier meine Map, die mir zeigt, wohin ich muss. Okay. Ich würde sagen, ich versuche es trotzdem noch mal ein letztes Mal. Ein allerletztes Mal. Ich muss dann echt da hinten durch. Aber gucken, dass mich halt keiner erwischt. Weil für die alle habe ich nicht genug Muni. Gut, dann lassen wir uns mal killen. Beziehungsweise ich rush jetzt da mal einfach durch. Oh man. Halleluja, halleluja. Halleluja. Hat mir jemand gefolgt? Nee. Da wollte ich gar nicht. Mann, ich bin jetzt aber auch. Hallo, ich schrück doch M. Warum geht das nicht mehr weg? Bin ich dir jetzt ganz blöd? Also ich habe, es war ja schon bei Rango und Banana Joe, sodass ältere Spiele wie Fallout 3 oder wie heißt es, Bioshock 1 Probleme hatten, weil die dann irgendwie sich aufgehangen haben oder so. Und jetzt funktioniert hier meine M-Taste nicht oder das Spielbild ist nicht, dass sie funktioniert. Ja, ich würde hier gerne meine Waffe auswählen. Das funktioniert auch nicht. Das ist ja schon mal ein geiler Start in die Session. Das... Nee, V... Ich probiere es einfach mal alle Dinger aus. Die Zeit muss sein. Tee, das war die Uhr. Ich verbrauche hier ein Bild dann nach dem anderen. Ach, G war es. Nee, G war wechseln. Oh, Mann. Da hinten wird geschossen. Ah, was habe ich jetzt gedrückt? P. Scheißegal. Hauptsache, wir haben hier... Okay. Die Fischer sind weg. Da komme ich nicht hin. Wo muss ich lang? Da oben, da ist eine Treppe hoch. Ich kann schnell gucken, wie weit der Filter ist. Alles klar, ein bisschen habe ich noch. Oh, da ist ein Flügelfieh. Und es hat gerade... Es kam gerade die Disc. Oh fuck, oh fuck. Das kann ich aber nicht killen. Was frisst das da? Sag nicht, das ist jetzt hier unser Kumpel. Was frisst du da? Ne, es ist einfach nur ein Soldat. Gott sei Dank. Okay, da wird weiter geschossen. Wo muss ich lang? Ich kann doch hier gucken, wo ich lang muss. Nach links, okay. Ah, jetzt funktioniert die M-Dings wieder, ne? So ist das hier. Okay. Hier haben wir noch einen Stolper tragen. Gucken wir mal, hier ist überall Stolper. Stolper-Dings. Noch ein Stolper-Dings. Muss ich jetzt hier auch noch gegen Menschen kämpfen? Bitte nicht. Wow. Blut. Neue Maske. Awesome. Ich habe die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Messestation gegangen. Wir haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück. Okay. Das war nicht unser Kumpel. Ich weiß jetzt nicht, wie hieß er nochmal? Irgendein Whisky-Name war das? Ähm. Ich weiß es nicht mehr. Wow. Gut, dann sind wir hier schon mal nicht falsch. Gucken wir mal, ob wir noch was finden. Aber jetzt habe ich endlich den Schrott-Biatsch. Das ist schon mal sehr viel wert. Was ist denn das hier? Oh, lol. Hat er schafft mich gerade erschreckt. Ähm. So. Stolper-Dings hier achten. Hier war nichts mehr. Okay. Weiter geht's. Und hefft. Nein! Ich habe doch... Ich bin doch gesprungen. Okay. Da hinten war ja eh da... Das wird wieder ein Gefälle hier. Ich habe die schwere Ausrüstung genommen, bin nach Norden zur Messestation gegangen. So. Wir haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück! Alles klar. Viel Glück! So. Was sagt unser Filter? Unser Filter sagt, es ist... Viertel von Nesquik. Ich wechsle besser mal. Wie viel haben wir eigentlich noch? Wie viele Filter haben wir noch? Kann ich das gucken? Egal. Gucken wir einfach, dass hier nichts rauskommt. So. Diesmal springe ich aber wirklich. So. Sprung, Test, One, Two, Check, One, Two. Hier kann ich nicht drüber. Und... Alles klar. Wo war der zweite? Hier. Hep! Alles klar. Okay. Und... Hep! Alles klar. Okay. 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 Oh, was ist los? Oh, Gott sei Dank. Okay. Hier wird mir jetzt keine Geschichte erzählt. Oh, das gefällt mir hier gar nicht. Mach mal lieber die Looten aus. Überall nochmal nachladen. Okay, ist. Ist auch. Sehr gut. Wo gehen wir jetzt lang? Wo gehen wir jetzt lang? Das ist natürlich am offensichtlichsten hier. Wo gehen wir jetzt mal? Deswegen gucken wir jetzt mal, ob wir hier noch was looten können. Siehst du? Manchmal zahlt sich die Neugier aus. Haben wir hier unten noch was? Ne. Alles klar. Weiter geht's. So. Was sagt die Uhr? Okay. Gibt's nicht mal... Ich glaub, später müsste es aber eigentlich theoretisch... auch noch bessere Filter geben. Gehe ich mal schwer von aus. Okay. Das Wasser tut mir echt weh. Ich muss die ganze Zeit springen. Ähm. Weil... Weil... Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht hier. Wie geht das? Oh, angst, 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 angst. Ähm. Was? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Weil ich Angst hatte, dass jetzt hier was getriggert wird. Oh, 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 oh. Hier was getriggert wird, wenn ich loote. Oh, lieber aus. Okay, okay, okay. Das ist nach die Uhr. Von erst klicken. Okay. Also ich geh mal... Oh, wer liegt da? Oh, siehste. Ja, gar nicht nach. Ich hab gar nicht nach. Ich bin so ein Idiot. Ich wollte gerade mit Rechtsklick zielen, ne? dabei schießt er dann die rechte patrone ab aber dann scheint es hier kein typ in der nähe zu sein so gut dann looten wir den jetzt noch gerade wechseln einmal das gas mess hier da oben ist was geflogen und was genau finden wir raus in der nächsten folge denn ich mache einen kleinen cut was war das für ein geräusch okay ich mache jetzt schnell schluss bevor ich mir noch in die buchs macht wir sehen uns beim nächsten mal bis dann tschüss